Badgestalter Badgestalter würde ich in erster Linie mit Exklusivität verbinden. Ich würde sie beschreiben als erstmal zuverlässig, kompetent. Und wenn ich heute daran denke, dass ich eine Firma kennenlerne, die in dieser Gruppe die Badgestalter drin ist, dann würde ich die immer empfehlen. Meine Erfahrung mit den Badgestaltern war, das ist Königsklasse. In dieser Liga tanzen wenige. Die Badgestalter ist ja eine Gruppe, die aussagt, dass wir qualitativ hochwertige Bäder bauen. Die müssen nicht unbedingt immer teuer sein, aber die Qualität muss stimmen. Wenn ein Kunde heute bei uns reinkommt in die Badgalerie und sagt, er braucht eine neue Handpause, dann frage ich, möchten Sie nass werden oder möchten Sie Spaß haben? Die Sorgfalt steht ganz bestimmt auch an erster Stelle, auch bei der Ausführung. Wir führen alle Gewerke durch und das zum Festpreis und mit Termingarantie. Die Badgestalter stehen für komplett mein Bad. Das heißt, von A bis Z alles, was gebraucht wird, können wir liefern und bieten. Es hat alles super funktioniert. Es hat der Zeitplan gestimmt. Die Gewerke ineinander haben super funktioniert. Wir waren von vollem bisschen zufrieden. Also ein Badezimmer ist für mich schon ein Ort der Behaglichkeit. Ich liebe meinen Beruf, weil es eben einfach Spaß macht zu sehen, dass die Kunden bei ihren Bädern oder auch bei Heizungsanlagen glücklich sind und auch begeistert sind. Ich liebe meinen Beruf, weil es ebenso ein Ort der Behaglichkeit ist.